Meine Damen und Herren, wir spielen mit unserem Ding-Dong der Leidenschaft in diesem Spiel, in dieser Folge, in dieser Folge, wenn wir mit unserem Ding-Dong der Leidenschaft spielen und mal Alma treffen. Sagt, man ist die Frau, aber wir treffen sie. Schön hier, schön ruhig. Werden wahrscheinlich hier keine Gegner sein. Einfach nur entspannt durchfighten und schauen, wie ich da rüberkomme. Nicht so. Ich hoffe, dass nicht alles, was am Damage gerade drin ist, explodiert im Nachhinein deswegen. Gaben sind gut, Klappen. Können wir doch nicht Shit-Talken. Witzgefährte hat einen fahren lassen. Witzgefährte hat schon wieder einen fahren lassen. Von welchem Film ist das noch schnell? Oh, nein, weg. Größe Klappe. Oh, von welchem Film war das noch schnell? Hm, genau, Patrick. Nur ihr Movie Quotes. Was soll ich dir von Brutus Manitou? Uh, übersehen. Ja, mit dir. Oh, der Glücksfaktor steigt. Würde ich auch hoffen. Wieder ein Schild? Warum nicht? Her mit den Schildern. Davon habe ich hier nur ein paar. Zwei Goldene. Ich will nicht flexen. Aber so ist das normal. Nur zwei kleine Goldene. Ah, das macht ja noch ein bisschen Schaden, das Ding. Gaben Splash! Uh, die pushen ziemlich stark grad. Ich weiß nicht, warum mein Ding-Dong der Leidenschaft grüne Explosionen hat. Bin ich ein Alien? Bin fast mit mir nicht. Muss ich mich untersuchen lassen, er ist abgehauen. Oh, ich glaube, er wird ganz vergast jetzt von meinem und meinem Pilzgefährten so ein Ding-Dong. Alle Ding-Dongs gibt's jetzt. Meins ist das Ding-Dong der Leidenschaft. Seins ist das Ding-Dong der Zärtlichkeit. Oh Gott, ich sollte schlafen gehen. Late-Night-Sessions sind zu gefährlich, dass ich Schwachsinn rede. Aber das ist Borderlands, da gehört Schwachsinn einfach dazu. Nein, weg mit euch. Passt mein Ding-Dong nicht an. Abstand halten, Abstand halten, weg von meinem Ding-Dong. Oh, Piepskappe. Ah, ich hab's erwischt. Aui. Hat mich auch angespritzt, das gefällt mir nicht. Nur ich darf das. Geht's Gefährt, hab's schon wieder entfahren lassen. Nein. Eh gut, eh gut. So lange das nur die Gegner stört. Was haben wir hier? Binde Bugenschreider stellende Wolken. Das klingt lustig, nennen wir's mal. Okay. Dieser kleiner Zauber. Muss wahrscheinlich nicht viel besser sein. Big Money. Nee. 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 Nicht Big Money. Nee. Komm ich. Doch, das sollte ich drauf kommen. Doch nicht. Doch nicht. Überhier weiter. Schon wieder ein Pferd. Was? Ist uns doch umgebracht. Ah, Stadtbewohner. Freunde. Unglaublich. Jetzt komm ich zur Brücke rüber. Und da ist auch schon das nächste Teil. Nächster Luftteil. Grün. 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 Was? Brezel? Oh, jetzt hast du diesen hier. Glücksfaktor muss gesteigert werden. Du Glückspilz. Naja. 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 Ich fühle mich nicht so glücklich. Nichts blaues mal. Hm. Da oben muss noch was sein. Da oben was ist. Nein. Komm ich nicht drauf. Das ist eine, ist hier Loot Folge. Ein bisschen Loot. Ein bisschen. Nur ein bisschen Loot. Ein bisschen. Nur ein bisschen Loot. Nichts des. Empress New Clothing. Oh jetzt hin. Nein. Oh nein. It's Puzzle Time. Oh. Hey Mädel. Ich schätze hier rauf. Ja. Yep. 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 Dann hier rüber. Oui. 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 Aui. Oui. 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 Ah, die fühlen mich ja aber das ganze Ding durch. Ich sehe keinen Timer. Mist. Oui. Jetzt kann ich wieder zurück, wenn ich looten will. Brezel. Hobote. Sie wollen wirklich die ganze Welt aubauen. Die Kobolde haben mich gelogen. Ich habe mich zweimal verfehlt. Ah na. Nett. Da habe ich letztens auch eine Kugel übersehen. Das ist mein altes Gewehr. Das ist das andere Schild. Die Sachen darf ich noch nicht ausrüsten. Schade. Ups. Nein. Ein Blitz abracadabra wird schon reichen. Was sollen wir denn ohne Königin machen und selbst regieren? Das war ein kleiner Schild. Tja, ähm, alle sind tot. Die Lords haben unsere Rebellion mit ihren überlegenen Waffen zerschlagen und ließen mich eigenhändig die Gräber für meine Bauernarmee und mich ausheben. War verdammt viel Arbeit. Und ich musste sie übers Wochenende verrichten, welches ich als Bauer gar nicht habe. Da habe ich mich gefragt, ob dies mein Los im Leben sei. Kann ich denn gar nichts tun, um meine Lage zu verbessern? Und dann kam mir eine tolle Idee. Der alte Stinkblüte könnte ein DIN werden. Okay, das hat fertig geredet. Hier haben wir damals gelootet. So soll's. Darf ich einmal. Wollen wir dann auch weiter looten gehen? Mein Grundstück ist verseucht. Ich bin reich. Du bist der Zweifel. Töte sie, dann bezahle ich sie. Ich lasse deine Weste. Ich mag dich. Nöpfe. 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 Wer hast du gebrochen? Wer ist gebrochen? Ich muss durchhalten. Koboldzellen. Die müssen etwas wert sein. Das war schon mit meinem Sauber. Wer darf meine Lendenbrotten? Was ist das? ...Koboltzähne sammeln. Hm. Bisschen pervers. Wollen wir einen besseren Server? Wieder zurück zu meinen alten. Was willst du? Ich habe einfach Lust, sie mitzunehmen. Oh. Ah, was jetzt wieder? Die Kobolde sind tot! Meine Güte, was hast du getan? Getötet. Du hast meine Kobolde getötet! Deine Kobolde? Erklär mir das, Bäuerin. Ich habe diese Kobolde absichtlich angelockt. Du musst wissen, ich bin in die Alchemistin verliebt. Mein Plan war es, die Kobolde zu besiegen und ihren Kräutergarten zu retten. Wie soll ich sie jetzt für mich gewinnen? Töte ein Schwein und reibe dich mit seinem Saft ein. Nicht hilfreich. Hör zu. Gib mir einfach diese Blumen. In Ordnung? Oh. Ja, hässlich. Mit etwas Glück erklingen bei Sonnenuntergang die Hochzeitsglocken. Oh, nee, ich werde... Ich muss vermitteln. Ich muss ja vermitteln. Du schon wieder? Was willst du? Ich habe ein Geschenk für dich. Ach ja? Gib schon her. Ich will es. Blumen? Von wem? Von der Bäuerin. Sie mag dich. Hahahaha! Als ob ich mich mit diesem armen Ding sehen lassen könnte. Vielleicht wenn Schweine fliegen lernen. Oder Wasser bergerauf fließt. Oder ein gepunkteter, gedichtelesender Kobold mir ein Liebesgedicht vorträgt. Guten Tag. Habe ich das richtig gehört? Ein gepunkteter, dichtender Kobold? Ich schätze, das kriege ich hin. Zuerst müssen wir noch einen Kobold anlocken. Such mir den dreckigsten Ländenschutz, den du riechen kannst. Ich denke, du verstehst sie nicht richtig. Meinst du? Keine Ahnung. Es gibt nur einen Weg, um sicher zu sein, was? Oh je. Sagst du für einen anderen Mädel? Oh je. Nicht die Alchemistin. Die hält mir gar nicht aus. War ich hier schon mal? Oh, da drüben. Aber hier war ich auch nicht, oder? Was sagt die Karte? Karte sagt ja. Okay. Hier rüber. Da war ich. Nicht in diesem Letztplay. Mit einem Maid. Dass ich zu zweit gezockt habe. Oh. Hauptzeit für mein Ding. Der Leidenschaft. Diese Kobold der Leidenschaft ist erledigen. Leidenschaft, ich war das. Mit burning passion and fire. Was? Was hast du mich genannt? Waffenabstauber? Ist das wieder ein Schild? Mother. Was? Goddammit. Stop. Wir schilds. Das ist derjenige thing I have. Enough of. Oh. Wir waffen. Wir waffen. 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 ich habe weniger schaden gemacht lieber lud ich nicht ausrüsten ich stehe vor der sonne auf und schufte endlos in der drückenden hitze nach meinem tag vertaumlich geschunden und verbrannt ins dreck und schmeck um einen limo und ranziges brot zu genießen dann geht's ins bett und alles wieder von vorne an nicht so ruhmreich wie das leben meines lords aber ich bin mein eigener herr das stimmt ja gar nicht meine brüder und schwestern mir ist gerade klargeworden dass unser leben scheiße ist nie damit geloft sage ich rebellion der macht mit ich hab dich schon immer wir wissen das ist das einzige was er mault ja Du wirst nicht nur danken, wie du hast! Ach, Stub, Leute, ich werde mich da aufgeladen, den Zauber. Hört auf zu bauen! Nein! So YouTube-freundlich sein, wie gut wird es? Man attackiert die Vögel, die maulen zu viel und stöhnen zu viel. Geht alles nicht. Den interessiert hab's schon! Mich interessiert, ob er gemalt oder nicht. Was? Was hast du gerade gesagt? Oh Gott! Weg mit dir! Oh, natürlich werden sie das! Mach sie weg! Mach sie weg! Oh Gott! Sooo... Nein! Nicht zu mich! Oh! Oh! sicher was das kleidung haben oder das andere schild das andere schild noch nicht mal ansetzen mit der weißen gut und ring glaube ich nein was war es denn dann war kein sauber was zu verwirrt schreckt mich was soll ich getan wald lenken schon am boden den furchtesten lenken schutz mein ding dong der leidenschaft hält sich nicht am leben grün grün glücksfaktor wir müssen mit einfach für meinen leiden schon ich habe gerade abgehauen meinen lindenschutz abgehauen was ok der ist geil wow gib mir deinen leidenschaft deinem stinker du oh nein das böse ding macht dich weg yes ich kann ihn praktisch von hier aus riechen bring ihn her oh willst gefährte du hast was auf deinen ach mach schon weg du bist schon tot du kannst nicht mehr durchhalten hier du bist pilzgefährtefutter kein kleiner flogen oh was bist du da ist er gleich zauber oh das sind Bosse da sind Bosse machen wir achten den Schaden ach wer ist nicht wert die wird auch auf gut getankt pilzgefährte schön weiterdenken Bitzgefährte schön weiterdenken nice oh nichts wert goldene Kugeln nein nicht ich meine ich habe ja keinen Inventarplatz mehr aber hier hier ist ein Goldene du hast einen Schuss gefunden du erinnerst dich doch noch daran was damit zu tun ist oder ich nämlich nicht ich wollte Billy keine Angst machen Dämonenkräfte bei Halbdämonen sind unbrechenbar diese Schlossmauern wären sowieso eingestürzt wenn schon ein kleiner Klapse ausgereicht hat vielleicht erkennen die Stadtbewohner dass ich ihnen einen Gefallen getan habe nachdem ich Billy eine saubere Hose gekauft habe ich ich habe dich schon immer gehalten das ist okay ist okay kannst du einen Dislike auf mein Video lassen Cobalt für deinen Hass oh oh no way back now wahrscheinlich ist der ruhige Weg zurück und zur Welt noch ein bisschen Blut suchen ich kriege sicher noch ein paar gute Schilder ha 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 ja ich weiß nicht 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 abstauben und saugen abstauben und saugen gesagt oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott so frei und jetzt die punkte im alten labor gibt es einfach Farbstoffe. Ah ja, nur so als Warnung. Das alte Labor ist bis unters Dach gefüllt mit Pfeilen. Vielleicht solltest du vorsichtig sein. Was mache ich eigentlich hier? Ich habe etwas so künstlich Fauliges gerochen. Aber hier gibt es keine sexy Kobolde. Du bist hier im Namen der Liebe. Auch gut. Wer bin ich denn, mich der wahren Liebe in den Weg zu stellen? Dann bleib ich mal hier. Sei gesegnet, liefliche Glonash. Sei gesegnet! Wahrscheinlich enden die zwei zusammen miteinander. Ich habe jetzt eigentlich Lust, weiterzuspielen. Machen wir die Folge halt aus, sonst mache ich noch weiter. Das Wort ist love, Baby.